Ich hoffe ihr habt euch schöne Weihnachtsfeiertage und herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele euch wieder in Mech Arena. Ich werde noch Dinge spielen. Wer ist das? Kontrollpunkteinnahme und wenn der Punkt weg ist, mal schauen was ich da mache. Viel Spaß! Die erste Runde geht los. Ich bin immer noch dabei die Quest mit den Helfern zu machen. Schwester, sie ist da. Nimm mir den Punkt nicht weg. Ja, geschafft. So, wo ist der erste Bot? Einmal deine Mütter reinfeuern, vielleicht treffe ich hier einen oder auch nicht. Oh, da ist ein Killshot oder ein Slimshot. Ah, schon wieder nichts getroffen. Ich habe wieder nichts getroffen. Und jetzt... Jawoll, jetzt habe ich was getroffen. Shit. Mein Turm wieder unten hinstellen. Ne, da kommt nichts mehr. Immer als erstes auf die Bots schießen mit der Artillerie, die in deine Richtung gehen. Weil wenn die erstmal bei dir sind, kommst du nicht mehr ran. Die Bots, die man eigentlich am meisten immer trifft, sind die, die probieren so einen Punkt einzunehmen. Weil die bleiben mich dann immer da stehen und... Und das verstreut ja immer so ein bisschen. Achso, ich dachte, die heißen gleich. Ich fange mal nur beide mit J ab. Ich fange mal nur beide mit. Ich fange mal an. Ich fange mal an. Ich fange mal an. Ich fange mal an. Nein. Ich fange mal an. Gut, dann nehme ich jetzt äh den hier. weil ich bin ich dabei das ist jetzt doppelt schlecht nicht gewonnen also ich habe verloren ich habe keinen mvp nichts dabei was ich habe nur drei kills eine eroberung egal gehen wir gleich weiter das war der erste von dieser aufnahme deswegen ist es okay weiter geht's und schon wieder das wolken schiff heißt es glaube ich hier war das schau mal wolkenstürmer 11 so kann ich sagen merken müsste bauen uns ist auch wieder toll Haha Schön Die da oben krieg ich nicht Und du hält mir nicht immer voll die Mütze, du Sky, du Oh Ist der auch weg Es läuft doch schon mal relativ gut Ach nee Ist grad gestorben Und Weg ist er Warum den kriege ich nicht Dahinten, der schießt auch von dahinten Der Daddy 1982 80 Oh 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 We are running out of time Inputting fire Ja Das war ein kill Ich bin wieder mvp Zu 90 prozent bin ich mvp Ich muss wahrscheinlich nur noch einen Einmal in die Mitte einnehmen Ach Das gibt's doch nicht Ich kann doch nicht so schnell Ach, trotzdem noch drin Gott sei Dank Gott sei Dank Schön So Dann werden wir gleich mal schauen, was ich mache Also dann Dritter Platz nur Egal Dann Bis gleich Die Dritte Runde geht los Die letzte Einmal wir den anfang Boah So wenig Schaden gemacht Heftig Boah Also Nein Keine Chance Keine Chance Soft Squad Oh 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 Und Jawoll Philippo Jawoll der zweite Die Sind Ja Nice Nur die Hälfte angekommen Ach Ach Nicht mehr der erste Ach Ach Der ist abgetaucht Ich Habe ich nicht auf den geschossen Mensch Und wieder nichts getroffen Jawohl 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 Der nächste Das sieht doch schon mal Ich denke mal sehr gut aus Ach 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 Nein Nein Und wieder nichts Soff ich hier ins leere schieße Sehr Ekelhaft Fünfter Platz Äh Fünfter Platz Fünf kids mit dem dritten Platz Ach Shit Shit Nice Und dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao.